Gut, nachdem wir eh schon Nachmittag haben, würde ich sagen, dann warten wir gar nicht lange und starten direkt rein in unsere nächste digitale Pressekonferenz vor dem 32. Spieltag. Morgen erwartet uns um 19 Uhr das nächste Heimspiel gegen Arminia Bielefeld, bei dem wir mit 4000 Zuschauerinnen und Zuschauern rechnen. Und neben mir sitzt bereits unser Cheftrainer Michael Kölner. Ich würde sagen, du nimmst uns einfach nochmal mit, wie die Trainingswoche so war und gibst uns vielleicht einfach nochmal einen kurzen Ausblick auf unser Personal, Michael. Ja, Servus zusammen. Trainingswoche war gut. Der Ostersieg unter Hacking hat natürlich sehr gut getan, auch über die Art und Weise, wie wir dort gespielt haben. Ja, personell hat sich in der Woche, ja, am Freitag schon vorm Spiel, Donald Hedduka in der U21 im Abschlussdrehen verletzt, Dennis Zeitler hier bei uns im Training. Die konnten dann beide weder in der U21 noch bei uns bei den Profis mitspielen, von dem her, haben wir ja die Woche schon verkündet, fahren beide länger aus. Thomas Rausch hat ja auch am Samstag in der U21 gespielt, der hat den Magen dann. In fact, vom Freitag auf Samstag erlitten, der ist jetzt heute wieder zurückgekehrt, zumindest jetzt einmal hier zum Aufbautraining. Alles andere ist, Personal, ja, gibt es keinerlei Probleme. Und das sind die Spieler, die jetzt fürs Wochenende ausfallen, alles andere ist an Bord. Gut, an Bord seid auch ihr. Demnach wärt ihr jetzt an der Reihe mit euren Fragen. Sonst wäre es die kürzeste PK aller Zeiten, die ich erlebe. Nein. Matthias Ott vom Funk aus Ingolstadt startet. Dankeschön. Ja, ich hätte ein paar Zahlen. Und zwar bis zum 24. Spieltag bei Ingolstadt war ich die drittbeste Heimmannschaft. Da hat man sich gefragt, wann wurden meine Auswärtsmagiepunkte. Danach dann drei Spiele im Sportpark verloren, dafür die letzten drei Spiele immer gepumptet, wenn es auswärts zugeht. Wie erklären Sie sich diese 180-Grad-Wende? Ja, gute Erklärung. Ich glaube, dass wir grundsätzlich auswärts richtig gute Spiele hinbekommen haben, mit Uhlen, mit Regensburg, jetzt mit Unterhaching. Ich glaube, da kann man sehr zufrieden sein. Zuhause, glaube ich, war das Fernstuhl sicherlich eines unserer schwächsten Spiele der Saison. Aber jetzt mit Freiburg und mit Köln waren das die Spiele eigentlich nicht von der Leistung her ausgerichtet, dass wir das verlieren. Sondern Freiburg haben wir uns ja selber geschlagen mit der gelb-rohnen Karte und gegen Köln war das ja ein Einfluss vom Schiedsrichter, der das Spiel dann in die falsche Richtung für uns bewegt hat. Also von dem her sehe ich, ist da keine Muster. Ich freue mich so, dass wir auswärts stärker geworden sind. Und ich bin mir sicher, dass wir auch zu Hause wieder unsere Punkte holen und zu Hause auch wieder so alte Heimstärke, auch ergebnistechnisch wieder zurückfinden werden. Danke dir, Matze. Gottfried Sterner steht schon in den Startlöchern. Der Donaukurier, bitte. Ja, mit einem Sieg gegen Bielefeld kann man jetzt die Punktzahl vom Vorjahr erreichen. Und mal nach dieser Trelle auch wieder in die Spur finden, vor dem Fotopokalspiel, das ja auch nochmal eine große Bedeutung hat. Wie wichtig ist, dass jetzt diese Leistung und auch das Ergebnis nochmal bestätigt so naheinkt? Ist wirklich so, wenn wir drei Punkte mehr hätten, haben wir so viele Punkte wie die letzte ganze Saison. Wahnsinn. Ich hätte gedacht, dass wir ein bisschen mehr Punkte geholt hätten. Aber ja, ich glaube, schon wichtig ist, wie gesagt, dass wir auch die Saison, sowohl jetzt in der länderschen Pause mit dem Nürnbergspiel eigentlich den richtigen Schritt getan haben, in Unterhacking, wenn die auch gezeigt haben, dass es jetzt auch, wie konsequent jetzt auch in der Woche weiterverfolgt haben. Das war also der Eindruck jetzt in der Trainingswoche, dass wir da schon dranbleiben. Wir wollen natürlich zu Hause unseren nächsten Sieg holen und wollen natürlich jetzt auch punktemäßig, glaube ich, so viele Punkte holen, wie es noch irgendwo geht. Ich glaube, das ist unser Anspruch. Es steht eine englische Woche bevor. Wir spielen Freitag, wie gesagt, gegen Bielefeld, Dienstag, dann in die Lassissen und spielen dann Samstag in Dortmund. Also es sind alles drei schwere Aufgaben, aber ich glaube, wir können alle Aufgaben auch meistern. Wie gesagt, der Personal schaut das wieder deutlich besser aus. Das haben wir, glaube ich, in Unterhacking gesehen. Wir konnten von der Bank nochmal richtig gut Spieler bringen, die das Spiel dann auch nochmal dann final nochmal auf die Siegerstraße gebracht haben. Also wie gesagt, es würde ein schwerer Stück Arbeit werden. Das haben wir, glaube ich, jetzt in den letzten Wochen gesehen, wie Bielefeld verfolgt hat, aber das Abstiegs-Endspiel, in Anführungsstrichen, Bielefeld gegen Duisburg, wo dann schon Sonntagabend, glaube ich, viele Blicke gerichtet waren, gute Kulisse und trotzdem wie souverän am Ende Bielefeld an das Spiel. Nach Hause zeigt schon die Qualität der Mannschaft, aber wie gesagt, ich bin ein guter Dinge, weil wir auch in Unterhacking wirklich sehr, sehr stabil gespielt haben und sehr konzentriert gespielt haben, dass wir das zu Hause zum nächsten Spiel hinbekommen. Und dann freue ich mich, dass wir dann zumindest die Punkte vom letzten Jahr eingestellt haben und schauen natürlich, dass wir dann noch viele Punkte draufpacken können und uns auch in den nächsten Wochen von der guten Seite zeigen, uns auch ein Stück weiter, so wie man das in Hacking schon gesehen hat, auch ein Stück weiterentwickeln und am Ende die nächsten Schritte für uns selber persönlich gehen. Ich habe ja gegen den Unterhacking auf Sicherheit gesetzt, habe ich ja auch bewusster gesagt, dass man da Erfahrung auf dem Platz haben wollte. Wollen Sie jetzt wieder gegen die Lettature einen Schritt weitergehen oder halten Sie mal diese Sicherheit zunächst vor? Sicherheit natürlich ist es auch mal in der Kaderfestlegung, weil mir schon wichtig war jetzt ja nach diesen einigen sieglosen Spielen, dass wir wieder mit dem Dreier am Ende auch reagieren und am Ende auch eine richtige Reaktion sein. Aber die Mannschaft dazu gemacht, wir haben jetzt, wie gesagt, die Woche gut trainiert und von dem her, wie gesagt, wir werden jetzt mal schauen, wie es am Wochenende ausschaut, aber es ist tendenziell schon so, dass wir mit der Mannschaft jetzt gegen der Hacking zufrieden waren, vielleicht ein, zwei Wechsel vielleicht möglich sind. Das müssen wir jetzt mal schauen, aber ansonsten, glaube ich, können wir mit der Truppe am Ende dann auch, glaube ich, zu Hause gegen Bielefeld die Punkte haben, weil bei Bielefeld wird es jetzt auch in der Aufstellung wenig ändern. Die werden auch eine ähnliche Erangehensweise erwähnen. Also von dem her, glaube ich, wissen beide Mannschaften, was sie erwartet, was auf sie zukommt und deswegen glaube ich schon, dass wir jetzt auch schauen müssen, wie gesagt, für uns selber, dass wir einfach punkten, konstant in den nächsten Wochen. Wie gesagt, wir haben jetzt mit Zeigler und Enduka leider zwei junge Spieler verletzt, die sicherlich auch vielleicht in den nächsten Wochen auch die eine oder andere Minute bei uns gesammelt hätten. Aber wie gesagt, Tobias Schölk ist wieder zurück, macht es im Training sehr gut. Und jetzt, wie gesagt, auch da, Svetinovic ist wieder zurück. Also wir sind eigentlich auf den Positionen sehr, sehr gut besetzt und mit Grölin, Dittgenetzert, Kanduric von der Bank haben wir, glaube ich, auch noch mal richtig gutes Personal von der Bank gebracht. Ich lasse eben morgen jetzt auch mal, bis morgen ist es auch noch mal Sacken von der Mannschaft her und schauen wir dann morgen früh beim Aktivieren, wer gut beieinander ist und wer am Ende auch, wo ich das Gefühl habe. Bei denen ist eigentlich eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass gegen Bielefeld am Ende auch eine sehr gute Leistung rauskommt. Fliegender Wechsel, es geht weiter mit dem Kicker und Bernd König. Wir sind gewohne Anna Kölner, da wir noch beim Thema junge Spieler sind. In Unterhanden standen mit Kai Jung und Keitel überraschend zwei Jungen. In der Startelf lag das an den Leistungen von Kanduric und Popac, dass sie mit denen vielleicht davor nicht ganz zufrieden waren. Oder ist es jetzt einfach so, dass man einen Schlussspurt vermehrt die Jungen ins Feuer wirft? Also das ist eine interessante Frage, weil jetzt kommt es mir vor, wenn Kanduric 35 ist und der Kopac schon 38 ist. Das sind meine ich auch nicht junge Burschen. Ich glaube, dass für uns schon wichtig ist, was die Spieler anbieten. Mir hat im Vorfeld das Unterhaken-Spurt einfach sehr gefallen, dass wir in Nürnberg eigentlich alle eingesetzten Spieler ein richtig guter Spiel gemacht haben. Das war wichtig. Dadurch können wir auf jeden Fall davon ausgehen, dass wir auf alle zurückgreifen können. Und dann haben wir einfach dann vom taktischen Verhalten her, war für mich eigentlich klar, dass wir da mit Kai und mit Kayo am Ende auch, glaube ich, das sehr, sehr gut zu Unterhaken passt, sehr, sehr gut zu der Art, wie sie spielen. Und beide haben das auch gerechtfertigt. Aber beide waren dann, glaube ich, Kayo, weil er doch mehrmals getroffen worden ist, muss dann auch runter. Der hat so einen Finger am Sprunggelenk und da hat es einige Einschläge gegeben. Den musste man runter und Kayo war dann, glaube ich, auch so viel gearbeitet, Felix, und so hart geackert, dass es dann am Ende auch wichtig war, da nochmal einen frischen Impuls zu bringen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt ja Jugend forscht in den nächsten Wochen machen wollen, sondern, glaube ich, wichtig ist für uns, dass die Spieler, mit denen wir planen, die für uns eine Rolle spielen, dass wir die auf den Platz bringen und dass die einfach auch jeder für sich die nächsten Schritte gehen. Und so, was ich vorher schon mal gesagt habe, wir wollen so viele Punkte wie möglich holen. Und das sind dann am Ende in jedem Spiel drei Punkte. Und wir haben noch mindestens acht Aufgaben vor uns. Den wollen wir auf jeden Fall erledigen, so bestmöglich, wie es geht. Ich glaube, das ist unser eigener Anspruch. Aber das ist auch der Anspruch, den der Verein und die Fans an uns stellen. Und dem werden wir auf jeden Fall gerecht werden. Da braucht sich also keine Sorgen machen, dass wir jetzt da irgendwelchen wilden Dingen am Schluss veranstalten, sondern wir werden weitermarschieren und Gas geben, bis die Saison dann final beendet ist. Ist unsere PK denn auch beendet? Wir scheinen keine Fragen mehr zu haben. Dann war sie das wohl, die PK vor unserem Heimspiel gegen Arminia Bielefeld morgen um 19 Uhr. Spätestens da sollten wir uns sehen. Bis dahin, macht es gut, ciao und servus.